Luke Mockridge unter Beschuss wegen Paralympics Aussagen Der Comedian Luke Mockridge sorgte kürzlich für Aufregung, als er in einem Interview über die Paralympics machte. Mockridge äußerte sich abfällig über die Leistungen der paralympischen Sportler und bezeichnete ihre Wettkämpfe als absurd. Diese Aussagen sorgten für Empörung in der Öffentlichkeit und es wurden Konsequenzen gefordert. Menschen mit Behinderungen und ihre Unterstützer kritisierten Mockridge für seine respektlose Haltung und forderten eine Entschuldigung. Auch die Paralympics-Organisation reagierte auf die Aussagen des Comedians und betonte die Leistungen und den Einsatz der paralympischen Athleten. Mockridge hat sich mittlerweile öffentlich entschuldigt und betont, dass er die Paralympics und ihre Sportler respektiert. Dennoch bleiben die Forderungen nach Konsequenzen bestehen, da viele Menschen die Aussagen des Comedians als diskriminierend und verletzend empfunden haben. Es bleibt abzuwarten, wie Mockridge weiter mit der Situation umgehen wird und ob er weitere Maßnahmen ergreifen wird, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wieder zu gewinnen. Vielen Dank.